Ich bin jetzt seit 13 Jahren Obmann der Freiheitlichen Partei und das ist jetzt gerade einmal die Halbzeit, denn der Unterschied zwischen uns Freiheitlichen und unseren Mitbewerbern in den letzten 13 Jahren ist ja offenkundig. Bei uns gibt es eine verlässliche und kontinuierliche Politik, da wissen die Leute woran sie sind, während bei anderen Parteien die Obmänner und die Obleute gewechselt haben, ja wie wir teilweise unsere Unterhose wechseln. Also Obmänner ohne Ende bis zum Mitterlehner und jetzt der Sebastian Kurz, also sechs ÖVP-Obleute, habe ich schon erlebt und überlebt. Und bei der Sozialdemokratie der Gusenbauer, der Feinmann und jetzt der Kern, jetzt sind sie kernlos geworden. Das war der letzte Akt. Und ich erinnere mich, ich habe schon bei der Nationalratswahl damals im Zuge einer Fernsehdiskussion zum Kern gesagt, Herr Kern, Sie sind in Wahrheit schon politisch Geschichte, Sie wissen es nur noch nicht. Jetzt weiß er's. Jetzt weiß er's. Kommt noch ein? Beim ti, mal Ält Guevlauer. Mit Vielen Dank.